Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Audiotraveler Henry Barchet und in dieser Episode nehme ich Sie mit auf eine Reise zu den Streuobstwiesen in Bayern. Die probieren knackige Äpfel. Also es gibt auf der Streuobstwiese an die 80 verschiedenen Apfelsorten und jeder Apfel schmeckt halt anders. Es gibt unbandig viele Apfelsorten. Trinken spritzigen Citro. Die Äpfel von einer Streuobstwiese haben meist viel intensiveres Aroma, sind einfach spannender und eignet sich dadurch sowohl als Aperitif als auch als Essensbegleiter. Und kochen mit Streuobst. Es sind ja oft alte Sorten, da lassen sich eben auch gut alte Rezepte draus machen. Also man kann die halt großartig einkochen und manchmal mache ich es mir ein bisschen einfacher und koche dann Chutneys und dann ist die ganze Arbeit ein bisschen schneller erledigt. Reisen Sie jetzt mit mir zu den Streuobstwiesen in Bayern. Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. Erste Station meiner Reise zu den Streuobstwiesen Bayerns ist Lalling in Niederbayern. Der Lallinger Winkel ist auch als Obstschüssel des Bayerischen Walds bekannt. Und tatsächlich liegt hier zu bestimmten Jahreszeiten ein leicht fruchtiger Duft in der Luft. Hier treffe ich Streuobstbäuerin Maria Gruber. Maria, Sie sind quasi auf der Streuobstwiese groß geworden und haben schon als kleines Kind den Eltern beim Streuobstanbau geholfen. Genau, also wir hatten eine kleine Landwirtschaft und eben diese Landwirtschaft wurde auch mit Streuobstwiesen bepflanzt. Und in der Mitte drinnen waren Äcker oder wurden Kartoffeln angebaut, solche Sachen. Oder auf größeren Flächen waren dann Korn und Weizen und das alles. Und unsere Bäume sind eben momentan an die 130 Jahre alt. Das heißt, ich habe es wirklich in der Hochzeit erlebt, die Bäume, wo sie am meisten getragen haben. 130 Jahre alte Bäume. Aber als Kind hat man für sowas wahrscheinlich noch keinen Sinn. Oder wie sehen da Ihre Kindheitserinnerungen aus? Also als Kind war das Arbeit. Ich sage es unterm Strich, es ist wirklich nur Arbeit gewesen für uns. Und so Kindheitserinnerungen, was natürlich ein tolles Erlebnis ist, wir konnten alle Äpfel essen. Und jetzt im Alter kann ich meine alten Sorten alle blind verkosten, weil das Gehirn speichert eigentlich den Geschmackssinn. Und ich weiß genau, welcher Apfel ich gerade im Mund habe sozusagen. Und als Kind habe ich diesen Wert nicht schätzen gelernt, weil es so Arbeit war. Also das muss man sagen. Aber wenn man damit aufwächst, dann kommt es im Alter, dass man dann sagt, Mensch, es war doch was. Und diese Wertschätzung kriegt man dann erst später, glaube ich. Heute haben Sie diese Wertschätzung, denn Sie bewirtschaften diese Wiesen ja nicht nur selbst, sondern Sie sind auch die Vorsitzende des Niederbayerischen Streuobstwiesenkompetenzzentrums Lallinger-Winkel. Und damit sind Sie Ansprechpartnerin für die Streuobstbauern. Für mich als Laien, erklären Sie mir doch mal, wie ich eine Streuobstwiese erkenne. Eine Streuobstwiese, da spricht man ab dem Bestand von maximal fünf Bäumen, wenn eben vor allem Hochstämme gepflanzt werden, also keine Plantagen, sondern Hochstämme. Und die sind verstreut auf einer Wiese. Und diese Vielfalt, weil eine Streuobstwiese beinhaltet nicht nur eine Sorte von Äpfeln oder Birnen, sondern die Vielfalt, da kann jeder Baum eine andere Sorte sein. Und das ist eine Streuobstwiese. Also bei mir im Supermarkt, da gibt es vielleicht sechs oder acht verschiedene Apfelsorten. Wie viel gibt es denn hier auf den Streuobstwiesen im Lallinger-Winkel? Also es gibt auf der Streuobstwiese an die 80 verschiedenen Apfelsorten und jeder Apfel schmeckt halt anders. Und es schmeckt der Goldpermene zum Beispiel ganz anders wie der Tiroler. Dann gibt es eben diese regionalen Sorten noch und weltweit, glaube ich, gibt es mehrere Tausend. Es gibt unbandig viele Apfelsorten. Die Streuobstwiese sieht ja auch schön aus mit den knorrigen Bäumen, den vielen Sorten und bunten Wiesenkräutern. So ein bisschen märchenhaft verwunschen. Warum aber sind diese Wiesen so wichtig? Also die Streuobstwiese oder das Streuobst ist insofern so wichtig, weil es ein Erholungsraum ist für Mensch und Tier. Für die Biodiversität, wir haben eine Vielfalt von verschiedenen Tier- und Pflanzenarten auf der Streuobstwiese, die einfach durch die Bäume, durch das ganze Klima, was die Bäume ausstrahlen, wo sich die entwickeln können. Und das ist eigentlich der größte Anteil an dem Ganzen, dieses, ja, ich sage immer Erholungsraum für Mensch und Tier. Welche Pflanzen und Tiere kann ich denn dann sehen, wenn ich hier zu Ihnen auf die Streuobstwiese komme? Also erstens einmal die Vielfalt der Wildkräuter, was sich wieder ansammelt. Dann die Tiere. Es geht von den Fledermäusen los, die in den alten Baumhöhlen sind. Vom Specht. Dann habe ich Vogelkästen aufgestellt für die Meisen, für die Stare. Dann natürlich Igelbehausungen haben wir durch das Insektenhotel. Mit den ganzen Wildbienen und Hummeln, was sich da alles ansiedeln kann, wenn die Behausungen stimmen. Aber genau dieses Idyll scheint ja in Gefahr zu sein. Denn es gibt ja wohl immer weniger Streuobstwiesen, immer weniger Menschen, die sich damit auskennen. Deshalb gibt es ja jetzt einen offiziellen Streuobstpakt. Was verbirgt sich hinter dem? Der Streuobstpakt, der wurde ausgerufen vom Ministerium, um den Erhalt der Streuobstwiesen zu fördern. Wir wollen ja eine Million Bäume pflanzen. Ausbildung, Fortbildungen, Baumwarte brauchen wir, dass die die Bäume richtig schneiden können. Dass ein Baum auch groß werden kann. Und ich vergleiche es immer mit Kindern. Ich kann ein Kind auch auf die Welt bringen, aber es braucht eine Begleitung bis ins hohe Alter. Und genauso ist es bei den Bäumen. Was ist Ihnen denn persönlich am wichtigsten, wenn es darum geht, die Streuobstwiesen zu erhalten? Also zum Teil mache ich ja Führungen. Warum ist die Streuobstwiese so wichtig? Welchen Nutzen hat Mensch und Natur bzw. Tier? Für den Erhalt dieser Streuobstwiesen ist es einfach wichtig, erstens, dass man Bescheid weiß, dass es das beste Obst ist überhaupt. Es ist ungespritzt, das muss man auch wissen. Einfach diese Wertschätzung gegenüber der regionalen Produkte. Vielen Dank, Maria Gruber. Nächster Stopp auf meiner Reise ist die Herzburger Alp. Dort treffe ich Nikolaus Mederer, dem die Wertschätzung regionaler Obstsorten sehr am Herzen liegt. Er ist Geschäftsführer der Streuobstinitiative Hersburger Alp. Herr Mederer, was genau ist das Ziel Ihrer Initiative? Der Verein selber kümmert sich um die Pflanzung der Bäume, die Pflege des Bestandes von alten Bäumen, die Streuobstbestände, die schon vorhanden sind und zertifiziert dann auch diese Flächen. Der Schutz von Artenvielfalt, also nicht nur beim Pflanzlichen, sondern auch im tierischen Bereich. Die Nachhaltigkeit, der Gesundheitsaspekt und die Regionalität, das sind alles Dinge, die uns am Herzen liegen und die wir alle verfolgen im Verein, als auch in unserem Produkt in den Apfelschalen. Da ist also nichts drin, was diesem Prinzip entgegenspricht. Über die Produkte sprechen wir gleich noch, aber bis die hergestellt sind, ist ja für Obstbauern im Verein erstmal harte Arbeit angesagt. Mit Erntemaschinen und Pflanzenschutzmitteln arbeiten sie nicht. Was fällt denn da alles so an Mehrarbeit an? Also muss gemulcht werden zum Beispiel. Alles Anbaumethoden, die natürlich sind. Also es wird nicht extra gedüngt oder mit Kunstdünger gedüngt, sondern den natürlichen mit der Mat um die Bäume rum. Die Baumscheibe muss freigehalten werden. Die Gesundheit der Bäume muss überwacht werden. Es kann an der Rinde, können Krankheiten auftreten. Aber die größte Arbeit natürlich ist die Ernte. Das ist Handarbeit. Warum machen Sie sich all diese Arbeit? Naja, der Zweck des Vereins ist eben der Erhalt alter Apfelsorten. Es geht darum, dass diese alten Apfelsorten auch teilweise gesünder sind. Es gibt viele Allergiker, die sagen, mit den Metaufenäpfeln aus dem Supermarkt bekommen sie Allergien. Und mit diesen alten Sorten haben sie diese Probleme nicht. Nun produzieren sie aus diesen alten Sorten Apfelschorle. Gibt es da auch verschiedene Sorten? Es ist immer Apfelsaft und dann einmal eine naturtrübe Variante, nur Apfelsaftschorle. Und dann gibt es eine Schorle mit Quittensaft noch dabei, mit Holundersaft, mit Aronia-Saft, mit Bergamot, mit Kirschsaft. Also eine Apfel-Kirschschorle haben wir jetzt auch noch im Programm. Und dann haben wir einen Cider. Schmeckt man das, dass Sie das Streuobst verwenden? Wie schmeckt denn Ihr Apfelsaft? Ja, er schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Also wir haben Apfelschorle, aber viele meinen, es sei purer Apfelsaft, weil er so intensiv schmeckt. Und dann sage ich, nee, nee, da ist 15 Prozent Wasser drin. Das kommt daher, dass eben so viele Sorten zusammenkommen. Wenn man Apfelsaft aus einer Sorte macht, dann kann da der Geschmack schon mal sehr variieren. Und welcher schmeckt am besten? Was ist Ihre persönliche Lieblingsschorle? Also Apfel-Quitten-Schorle ist einer meiner Favoriten. Quitte hat so einen schönen herbstsäuerlichen Geschmack. Sehr erfrischend. Ihre Apfelschorle, die heißt ja POM 200. Ihre Adresse ist Appelsberg in Pommelsbrunn. Sind denn Straße und Ort nach Ihren Äpfeln benötend? Nein, nein. Das ist Zufall. Das ist absoluter Zufall, ja. Wo liegt Pommelsbrunn nun genau? Pommelsbrunn liegt direkt neben Hersbruck in der Hersbrucker Alb bei Nürnberg. Also es ist an der Pegnitz entlang auf der alten goldenen Straße nach Prag eigentlich. In der Hersbrucker Alb, da kann man ja wandern, Kajak fahren, Kanu fahren, viel in der Natur unternehmen. Kann man aber auch durch die Streuobstwiesen wandern. Wo ist denn der schönste Streuobstwiesenweg? Der Beste ist natürlich, wenn man direkt an den Bahngleisen von Hersbruck Richtung Hohenstadt läuft. Auf der linken Seite, da ist der Sortengarten, heißt es, von unserem Verein. Und da stehen hunderte von Bäumen, alle verschiedene Sorten. Und da kann man das wunderbar betrachten. Da sind dann Insektenhotels auch noch aufgebaut. Also das ist reges Treiben an Tierwelt. Und wenn man da zur Apfelblüte dann hinkommt, dann ist es natürlich ein wunderbarer Anblick. Die vielen Apfelbäume der Streuobstinitiative Hersbrucker Alb sind also auf jeden Fall einen Besuch wert. Und wenn man schon dort ist, dann sollte man auch eine Apfelschorle der Streuobstinitiative probieren. Vielen Dank Nikolas Mederer für diesen Tipp. Weiter geht meine Streuobstreise in den Landkreis Dillingen. Dort treffe ich Peter Baumgartner, denn der weiß, was man aus Äpfeln sonst noch machen kann. Er produziert nämlich Siedre im Landkreis Dillingen. Herr Baumgartner, auch bei Ihnen hat Streuobst eine lange Tradition. Wo findet man denn die Streuobstwiesen bei Ihnen? Das sind die Ausläufe von der Schwäbischen Alb. Da ist schon hügeliger. Das sind Topografien, wo jetzt Ackerbau historisch bedingt nicht möglich war, wo dann eben deshalb viel Streuobst gepflanzt wurde. Und dann geht es aber ins Donautal über, wo dann der Ackerbau wieder so ein bisschen im Vordergrund steht. Aber die Streuobstwiesen sind da trotzdem immer noch weit verbreitet. Die prägen das Landschaftsbild. Also wenn man von mir Richtung Schwäbische Alp fährt, also Richtung Heidenheim, Aalen, Oberkochen, da trifft man ein paar hundert Meter gefühlt auf eine Streuobstwiese. Sie stellen Siedre her, also kein stiller Apfelwein, sondern Schaumwein mit Kohlensäure. Warum setzen Sie dabei auf Streuobst? Also grundsätzlich eignen sich eher Apfelsorten, die säurebetonter sind, die ein bisschen mehr Gerbstoff haben als so der klassische Supermarktapfel. Wenn man sich jetzt so einen gefällig gezüchteten Apfel anschaut, die haben meist viel Zucker, wenig Säure und wenig Gerbstoff. Der Zucker wird bei der Vinifikation verstoffwechselt zu Alkohol und CO2. Das heißt, was dann übrig ist im Wein, ist Säure und Gerbstoff und das gibt dem Wein Volumen und Charakter. Deshalb suche ich genau solche Obstsorten letztendlich für meinen Siedre. Sie arbeiten aber nicht nur mit Äpfeln, Birnen und Quitten, sondern Sie haben auch ein Experiment mit Weinreben gestartet. Was machen Sie da genau? Genau, also ich habe angefangen, so einen kleinen Versuchsweinberg anzulegen und langfristig ist der Plan, dass ich so eine Permakultur-Mischbepflanzung, also im Grunde so ein Hybrid aus Rebanlage und Streuobstwiese anlege und die Früchte auch gemeinsam versekte. Und warum machen Sie das? Naja, im Weinbau wird das jetzt immer mehr gemacht, dass quasi in Rebanlagen auch Obstbäume gepflanzt werden. Und zwar geht es da um die Symbiose zwischen den zwei Kulturen im Endeffekt. Also die Bäume beschatten zum einen die Reben, die oft Probleme haben mit Sonnenbrand zum Beispiel. Dann ziehen die Bäume durch ihre größeren Wurzeln quasi und die höhere Kapillarwirkung mehr Wasser aus dem Boden, das sie quasi an die umliegenden Reben abgeben können. Also das ist auch ein Vorteil. Und du schaffst quasi zum einen durch die Bäume Lebensraum für Tiere, die Schädlinge fressen. Ein konkretes Beispiel ist die Fledermaus, die meidet Flächen ohne für sie wichtige Orientierungspunkte. Das heißt, wenn ich einen Baum in der Rebanlage pflanzt, dann kann sich erst die Fledermaus in diesem Gebiet wirklich orientieren und hält sich so im Weinberg auf und isst dann letztendlich Schädlinge, die sonst anders bekämpft werden müssten. Die Streuobstbäume und Reben, die wachsen aber nicht nur zusammen, sondern sie haben den Apfelsaft jetzt auch mal mit den Trauben zusammen gemischt. Was ist dabei rausgekommen? Ich habe jetzt so ein kleines Experiment gemacht, so ein Co-Ferment. Da habe ich 75 Prozent Apfel, 25 Prozent Traube zusammen versektet und genau in die Richtung experimentiere ich gerade so ein bisschen rum. Das klingt alles sehr spannend. Wer Interesse an einer Verkostung hat, der kann sich individuell bei Ihnen melden. Jetzt wollen wir aber natürlich auch wissen, wie Ihr Citris schmeckt. Schmecken denn alte Streuobstsorten auch alt? Nee, gar nicht. Also die Äpfel von einer Streuobstwiese, gerade alte Sorten, haben meist viel intensiveres Aroma, sind einfach spannender. Und meine Schaumweine sind meist trocken ausgebaut. Sie sind frisch, haben eine präsente Säure, in der Nase eben gereiftere Aromen durch das lange Hefelager. Mit einem guten Sekt aus Traubengleich zu setzen und eignet sich dadurch sowohl als Aperitif als auch als Essensbegleiter. Vielen Dank an Citri-Produzent Peter Baumgartner aus Dillingen. Bei meiner letzten Station, meiner Streuobstwiesenreise, da will ich erfahren, wie das Streuobst kulinarisch eingesetzt wird. Und dazu geht es jetzt ins Allgäu. In Balderschwang, einem Pfarrdorf im Landkreis Oberallgäu, treffe ich Nina Meier. Sie ist Küchenchefin im Bio-Berg-Hotel Ifenblick in Balderschwang. Vielleicht kommt Ihnen der Name bekannt vor. Nina war nämlich Finalistin in der Fernsehsendung The Taste. Nina Meier, wie war das? Oh, das war total spannend. Normalerweise als Frau in der Küche kennt man das, dass das immer so ein bisschen schwierig ist. Und bei dem Enfant Terrible Tim Raue war ich eigentlich auf so ein bisschen mit Verlaub Arschigkeit gefasst. Und das war gar nicht so. Der war einfach so wohlwollend und so großzügig. Das war fantastisch. Sie sind Küchenchefin in einem Bio-Hotel und kochen dort mit Streuobst. Warum? Also es ist schon so, dass speziell Äpfel oder auch Birnen viel intensiver sind im Geschmack. Intensiver und vielschichtiger, weil sonst, wenn man so einen Apfel beißt, dann hat man, ah ja, okay, das ist Apfel. Und wenn es die älteren Sorten oder Streuobstsorten sind, dann merkt man auch nochmal andere Nuancen, die man bei einem stinknormalen Apfel vielleicht nicht so herausschmecken würde. Was bereiten Sie denn mit Streuobst für die Gäste zu? Es sind ja oft alte Sorten. Da lassen sich eben auch gut alte Rezepte draus machen. Also man kann die halt großartig einkochen. Das kenne ich von meiner Oma von früher. Die hat einfach dann die Zwetschgen ganz eingekocht und die gab es dann hinterher zu Pfannkuchen. Oder sie hat Apfelspalten gemacht oder sie hat Birnenspalten eingekocht. Und manchmal mache ich es mir ein bisschen einfacher und koche dann Chutneys, weil ich da einfach dann auch den Pürierstab reinhalten kann. Und dann ist die ganze Arbeit ein bisschen schneller erledigt. Verraten Sie uns ein besonderes Streuobstrezept? Also eins, das sind Kardamonknoten mit Birnen. Das ist Hefeteig. Den rollt man aus und macht da eine Mischung aus Butter und Kardamon und Zimt drauf. Und dann nimmt man geschälte Birnen und raspelt die da in dünnen Scheiben drauf. Dann wird das Ganze zugeklappt und in Streifen geschnitten und daraus macht man Knoten. Man hat dann immer sowas in der Tiefkühltruhe, was man auftauen, aufbacken kann, wenn Besuch kommt. Toller Tipp. Schmeckt bestimmt klasse. Vielen Dank. Jetzt wollen wir aber auch wissen, wo wir das probieren können und wo die schönsten Streuobstwiesen bei Ihnen liegen. Wo kann man die sehen und wie sieht es da bei Ihnen aus? Das ist im Allgäu total praktisch. Da gibt es nämlich Streuobstwanderwege. Da läuft man automatisch an wundervollen Obstbäumen vorbei. Die sehen eigentlich so aus, wie man sie in Bilderbüchern kennt oder wie man vielleicht früher in der Schule selber Obstbäume gemalt hat. Die haben einen hohen Stamm, dann ist da eine Krone, da sind die Blätter dazwischen. Und man muss sich so ein bisschen strecken, dass man drankommt ans Obst oder man kommt vielleicht auch gar nicht so dran und braucht eine Leiter dafür. Ihr Hotel liegt ja in Balderschwang. Und wenn man sie hier besucht, das sollten wir mal beschreiben, wie es bei Ihnen hier genau aussieht. Balderschwang liegt auf 1100 Höhenmetern und man muss erst mal über diesen Riedbergpass fahren. Und bis man bei mir ist, hat man eigentlich abgeschlossen mit dem Rest. Also man hat alles, was einen belastet hat im Alltag, das konnte man gut hinter sich lassen. Und Balderschwang ist dafür bekannt, dass es ein guter Ort ist, um Ski zu fahren. Tatsächlich, wir haben sehr viel Schnee noch. Es ist bekannt dafür, dass es tolle Winterwanderwege hat und dass es ein großes Läupennetz gibt. Und im Sommer sind das alles auch großartige Wanderwege. Und hier gibt es eben auch Ihr leckeres Essen. Ja, vielen Dank, Nina Mayer vom Bio-Berghotel Ifenblick in Balderschwang. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, selbst einmal durch Streuobstwiesen zu wandern, Siedre oder Apfelschorle, die mit Streuobst hergestellt wurden, zu probieren oder mit Streuobst zu kochen, dann finden Sie mehr Informationen unter bayern-streuobstpakt.de Und ich werde jetzt erst einmal in einen saftigen Streuobst Apfel beißen, den ich mir unterwegs gepflückt habe. Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. Alle Episoden der Audio-Travels hören Sie auf iHeartRadio, Spotify, Amazon Music, Samsung Podcasts, Apple Podcasts und auf mehr als 30 Streaming-Plattformen weltweit.